Servus Leute, ich bin's der Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind angekommen bei der Team of the Week 10 Prediction. Heute wird es knackig, Mann. Das Team of the Week 10 war in den letzten Jahren immer das beste Team of the Week mit dem aktuellen Zeitpunkt halt. Ist halt so eine kleine besondere Jubiläumszahl anscheinend bei EA. Und ich hoffe, diese Woche wird es genauso sein. Es sieht fantastisch aus. Das kann ich euch vorab schon mal sagen. Und wenn euch das Ganze wie immer gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Letzte Woche habt ihr wieder über 15.000 Däumchen rasiert. Bruder, was ist los mit euch, Mann? Wer von euch will Christian Ronaldo ziehen oder möchte, dass da reinkommt in Team of the Week, dann wisst ihr, was zu tun ist, Mann. So ein Ding ist das. Jetzt nochmal kurz Real Talk und Spaß beiseite. Ich danke euch vom Herzen, Digga. Das ist nicht mehr normal. Wir haben 183.000 Abonnenten, Mann. Ich lief von Video zu Video zur Zeit so ein krankes Feedback ab. Und das ist krank und nicht selbstverständlich, Mann. Und ich habe ein kleines Ziel, besser gesagt vielleicht einen kleinen Traum, dass wir vielleicht bis zum Jahre 2020 dann noch die 200.000 Abonnenten knacken. Falls du also neu bist, dann kannst du gerne kostenlos abonnieren. Und da würde ich sagen, Leute, reden wir nicht mehr um den heißen Brei, sondern wir fangen an mit den ersten Spielern. Und das sind wie immer die Torhüter. Da war es diese Woche, finde ich, nicht ganz so einfach zu entscheiden, wer wird reinkommen. Aber zum einen haben wir Jan Oblak. Slowenien gewinnt mit 1 zu 0. Das Ganze gegen Lettland. Und er hat in diesem Spiel richtig gute Paraden rausgehauen. Vier Stück an der Zahl. Ob das Ganze reicht, werden wir sehen. Anschließend haben wir den Spanier namens Nadal. Und das ist nicht der Tennisspieler, sondern halt ein Torwart. Der wurde im Man of the Match. 1 zu 0 gewinnen sie gegen Real Zaragoza. Das kann sich sehen lassen und in diesem Spiel irgendwie zwölf Paraden rausgehauen. Also der hat mit Abstand auf dieser Position am besten performt. Und ich weiß, viele von euch würden jetzt reinschreiben, wo ist Manuel Neuer? Aber bei Deutschland gibt es wirklich zwei andere Kandidaten, die es möglicherweise eher verdient haben, reinzukommen. Das war es dann schon mit den Torhütern, Leute. Wir gehen rüber zu den Verteidigern. Angekommen bei dem ersten Kracher, Leute. Ich habe es euch ja gesagt, das Team of the Week 10. Das wird, glaube ich, was ganz Besonderes, Mann. Ich weiß, Team of the Week 9 war schon brutal. Aber ich meine, hier wird noch mal eine Schippe draufgelegt. Und unser erster Kracher ist Rafael Varane. Leute, ganz ehrlich, wer möchte den bitte in Rot ziehen? Besser gesagt, wer möchte den nicht in Rot ziehen, Mann. Er ist mit der beste Innenverteidiger in FIFA 20. Dazu jetzt noch eine Info, möglicherweise. Das wäre brutal. Und übrigens gab es teilweise auch zwei Spiele für manche Nationen. Denn Frankreich hat unter anderem gegen Moldawien 2 zu 1 gewonnen. Dort hat Rafael Varane einmal getroffen. Und jetzt, dazu noch am Wochenende, haben sie gegen Albanien 2 zu 0 gewonnen. Und dort gab es für ihn dann eben das zu 0 Ergebnis, was ja auch nicht schlecht ist. Übrigens hat Griezmann ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet. Wird aber allerdings, glaube ich, nicht reichen. Und was ich noch unbedingt erwähnen muss, es wird leider keine dynamischen Karten geben. Also so ein Varane im Frankreich-Trikot werdet ihr nicht sehen. Da hat EA leider nicht die Rechte für die Nationalmannschaften. Aber hey, was willst du tun? Dafür bekommen wir vielleicht eine garantierte Team of the Week Prediction. Wir machen aber weiter mit einem Spieler aus Bella Italia. Und sein Name lautet Akerbi. Sie gewinnen mit 3 zu 0 gegen Bosnien. Und dieser Italiano hat eben das eine Tor gemacht. Und wenn man das Tempo abdeckt, dann sieht diese Karte nicht verkehrt aus. Allerdings halt, großes Problem, Tempo, Bruder, Flickflack, Overdeck, das bringt nichts. Anschließend haben wir den Wharton. Ist wahrscheinlich nicht der allzu interessanteste. Aber gegen Crew Alexandra hat er zweimal getroffen und sie gewinnen mit 4 zu 1. Bei Deutschland wird es eventuell eine Inform geben, vielleicht sogar zwei Informs. Und eine davon ist auf jeden Fall Ginter. Der Gladbacher rasiert in der Bundesliga mit Borussia Mönchengladbach. Und jetzt auch noch bei der Nationalmannschaft. Denn gegen Weißrussland oder Belarus hat er einmal getroffen, ein Tor vorbereitet, das auf seiner Position war. Und wo wir gerade bei Gladbacher waren, da kann es ja noch einen weiteren geben. Hat ja nichts mit der Nationalmannschaft zu tun, ihr wisst, was ich meine. Denn Österreich gewinnt mit 2 zu 1 gegen Nordmazedonien, Mann. Und damit auch ein großes Glückwunsch an alle Österreicher, sie sind qualifiziert für die Europameisterschaft 2020. Ist natürlich schön, die dann dort beim Turnier zu sehen. Und Leiner hat einmal getroffen, einmal vorbereitet, das als Rechtsverteidiger. Ich bin euch ehrlich, ich würde viel lieber einen David Alaba sehen. Der hat nämlich ein Traumtor gemacht, wo er ein bisschen den Torhüter ausgetanzt hat. Aber ein Treffer als linker Flügel ist vielleicht nicht ganz so heftig. Deswegen tendiere ich auch eher zu den Kollegen. Aber schreibt es mir in die Kommentare, was meint ihr, wer wird kommen. Und zu guter Letzt haben wir noch einen weiteren Außenverteidiger. Und das ist Chilwell. Englands, die sind aber mal sowas von durch die Gruppe marschiert, Alter. Die haben gefühlt halt alles zerlegt. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Aber jetzt passt mal auf, Leute. Chilwell hat beim 7 zu 0 Sieg gegen Montenegro 3 Tore vorbereitet. Das ist ein Hattrick quasi mit Assists. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin mir sicher, dass aus diesem Spiel eigentlich zwei Informs kommen müssen. Und einen weiteren werdet ihr später sehen. Chilwell würde damit seine zweite Informkarte bekommen. Sieht nicht mehr so verkehrt aus. Mal schauen. Und angekommen sind wir jetzt schon bei den Mittelfeldspielern. Und die Polen, die sind wirklich auch an Feiern. Und ein Spieler, der damals, glaube ich, in der Spanischen Liga bei Valencia oder so gespielt hat. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Heißt auf jeden Fall Krejowiak. Leute, das wäre potenziell sein Second Inform. Hat einmal getroffen. Und sie gewinnen gegen Israel, die wirklich auch eine sehr starke Nationalmannschaft haben. Mit 2 zu 1. Und damit ist Polen auf dem ersten Platz und einfach nur GG, Mann. Und jetzt kommt der nächste Kracher vom Rating her. Spielerisch in FIFA 20 wahrscheinlich nicht der allerbeste. Aber Toni Kroos, Mann. Was hast du denn bitte da gemacht? Für Deutschland schießt er zwei Tore. Deutschland hat sich natürlich jetzt auch qualifiziert. Da hätte er ja einen Unentschieden gereicht. Und bei diesem Spiel, habe ich es ja vorhin schon erwähnt, meine ich, dass Ginter als auch Kroos vielleicht kommen können. Toni Kroos war Man of the Match. Hat ein 10,0 Rating. Der hat halt das perfekte Spiel gespielt, Mann. Wenn wir uns aber jetzt ganz ehrlich das Tempo anschauen, Leute, ihr wisst selber, der wird nicht teuer sein. Und der wird leider auch nicht gut sein. Seine Scream-Karte ist da viel, viel besser. Und anschließend sind wir angekommen, Leute, bei den Dänen. Und die haben mal gut rasiert. Auf der anderen Seite haben sie halt eben gegen Gibraltar gespielt. Trotzdem muss man respektieren. 6 zu 0 haben sie gewonnen. Und Christian Eriksen. Genauso wie Toni Kroos, Bruder, 10,0 Rating. Absolut on fire, der Mann. Der ist ja bei Tottenham nicht mehr ganz so gut am Start. Besser gesagt, nicht mehr ganz so glücklich. Wird vielleicht zu Real Madrid wechseln, werden wir sehen. Aber in diesem Spiel hat er auf jeden Fall zweimal getroffen, Leute. Unter anderem hat auch der Skow von Hoffenheim zwei Tore gemacht, ein Tor vorbereitet. Er wurde aber nicht mehr in auf dem Match. Ich glaube, das sieht auf jeden Fall schon mal knackig aus. Wir gehen rüber zu den nächsten Spielern. Und dort legen wir los mit einem Tschechen namens Kral. Und der junge Mann, der sieht aus wie David Luiz auf dem Spielfeld. Ich meine es ernst. Die haben auch mal gegeneinander gespielt. Das war ein sehr, sehr lustiges Bild. Ist ein talentierter defensiver Mittelfeldspieler. Kann auch als Innenverteidiger spielen. Und gegen Kosovo gewinnen sie mit 2 zu 1. Er hat ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet. Wird also definitiv in Team of the Week kommen. Und dazu haben sie sich noch für die Europameisterschaft qualifiziert, Mann. Also, Respekt auch an den Tschechen. Und wer hat sich da noch qualifiziert, Leute? Ich sag euch eins. Ihr wisst Bescheid, Mann. Kroatien gewinnt mit 3 zu 1 gegen die Slowakei. Allerdings lag erstmal Kroatien in der ersten Halbzeit mit 1 zu hinten. Ich dachte mir, Bruder, jetzt muss ich los, weil wir qualifizieren uns vielleicht nicht für die Europameisterschaft. Aber dann haben die Jungs Gas gegeben. Perisic, Man of the Match, Eintreffer gemacht. Und ich bin euch ehrlich, Leute, so ein FC bei München in Form von Perisic, das wäre knackig. Bin mir natürlich nicht ganz so sicher. Modric hat auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Nikola Vlasic vielleicht auch. Und auch hier nochmal Glückwunsch an die Qualifikation. Und dagegen ist eine Mannschaft nicht qualifiziert, leider. Und das sind die Schocken. Die haben aber trotzdem eine ganz gute Quali gespielt. Und McGin. Schaut euch mal bitte diese Stats an. Das wäre sein Second in Form. Und der sieht knackig aus, Mann. Der sieht gut aus. Klar, ein bisschen schwierig zu linken. Aber vergessen wir das, er spielt in der Premier League. Gegen Zypern haben sie mit 2 zu 1 gewonnen. McGin einmal getroffen. Eintreff vorbereitet als zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Und vor allem, was mir aufgefallen ist, der rennt mich halt absolut an diesen Moi von FIFA 18 oder FIFA 17 oder sowas. Ich glaube, viele von euch kennen die Karte. Und jetzt würde ich sagen, sind wir angekommen bei den noch offensiveren Spielern, Leute. Und wir fangen an mit Moreno. Spanien gewinnt mit 7-0. Und liebe Spanier, was macht ihr da immer? Ihr spielt gefühlt mit einer B-Mannschaft. Zwei, drei junge Talente debütieren und die treffen auch, wie Daniel Olmo zum Beispiel. Respekt, Digga. Übrigens haben sie eben 7-0 gegen Malta gewonnen. Und Moreno, der hätte theoretisch schon längst sein Second-Inform verdient. Aber jetzt ist es soweit, Leute. Ein Treffer gemacht, drei Tore vorbereitet. Thiago von FC Bayern München hat beispielsweise auch zweimal vorbereitet. Aber der Mann war halt noch besser. Und jetzt müssen wir uns alle verneinen. Ihr kennt doch alle die Legende Pukki. Wer hat ja schon seine POTM-Karte bekommen. Aber jetzt hat er noch eine Schippe draufgelegt. Denn Finnland hat sich das erste Mal in deren Geschichte, in deren History qualifiziert für einen Turniermann. Und das ist eben die Europameisterschaft. Ich ziehe meinen Hubmann und ich freue mich einfach für die Finnen. Pukki hat übrigens zwei Tore gemacht. Und Hero-Karten haut die A wirklich gerne raus. Und ich kann mir vorstellen, dass sie ihm auch eine geben werden. Weil es schon was sehr, sehr Spezielles war. Und übrigens haben sie mit 3-0 gegen Lichtenstein gewonnen. Wir machen aber weiter, Leute, mit England. Und vorhin hatten wir ja schon Chilwell. Der war ja schon in der Prediction am Start. Es könnte natürlich noch einen weiteren Spieler geben. Und das ist eben Harry Kane. Weil er hat dreimal getroffen, Jungs. Gegen Montenegro. Und gegen Kosovo hat er übrigens auch einmal getroffen und einmal vorbereitet. Also wenn der nicht in diesem Team auf dem Weg ist, Jungs. Dann muss ich meinen YouTube-Kanal aber schnell nicht schließen. Wisst ihr, was aber das Problem ist? Der kann noch 1, 2, 3, 4, 5 Infos bekommen. Die Karte wird trotzdem nicht gut sein. Das ist halt leider nicht die Meta dieses Spiels. Muss man halt ehrlich sagen. Und wer aber auch ein fantastischer Stürmer ist, ist der Mann von Serbien namens Mitrovic. Gegen Luxemburg gewinnt Serbien mit 3-2. Mitrovic hat zwei Tore gemacht. Eins davon war wirklich Weltklasse. Er könnte seinen 2nd-Infarm bekommen, auf die 84er springen. Gegen Ukraine haben sie 2-2 gespielt. Dort hat er auch einmal getroffen. Und schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Hat Serbien oder haben allgemein Drittplatzierte noch eine Möglichkeit, sich zu qualifizieren? Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los mit den richtigen Krachern. Ihr müsst euch jetzt irgendwo festhalten. Belgien spielt gegen die Russische Föderation. So ein Ding. Also ich meine natürlich Russland. Und dort hat Eden Hazard zwei Tore geschossen und ein Tor vorbereitet. Jungs, es ist Zeit für die Once-to-Watch-Upgrade-Karte von Hazard. Und ich bin euch ehrlich, falls ihr eine Once-to-Watch-Karte von Eden Hazard habt, dann würde ich die auf jeden Fall im Hype verkaufen. Und was das Beste daran war an der ganzen Geschichte, die Hazard-Brüder haben sich gefühlt die Tore vorbereitet. Und Eden Hazard, linker Flügelspieler. Ich freue mich einfach nur riesig auf die Karte. Und stelle euch mal vor, den Zimmer den Rot, Jungs. Ich weiß, es ist schwierig, aber... Aber, Digga, man muss immer Hoffnung haben. Man muss immer dran glauben. Und übrigens gewinnt Belgien mit 4 zu 1. Natürlich auch qualifiziert. Und welche Mannschaft es jetzt mittlerweile auch geschafft hat, bei der EM 2020 am Start zu sein, ist Portugal. Und wer hat dafür gesorgt? Ist natürlich Cristiano Ronaldo, Mann. Freude, letzte Woche Messi, diese Woche Ronaldo. Die zwei besten Fußballer der Welt. Vielleicht die zwei besten Fußballer aller Zeiten sind back-to-back im Team auf dem Weg, Digga. Und das Ding ist, ihr könnt euch erinnern. Messi hat einmal zwei Tore gemacht, zwei Tore vorbereitet. Dann hatten sie aber noch ein zweites Spiel, wo Barcelona verloren hat. Und bei Portugal ist es ähnlich. Sie haben das eine Spiel gehabt. Gegen Litauen, da haben sie 6 zu 0 gewonnen. Er hat einen Headtrick geschossen. Und dann gab es noch das zweite Spiel. Hätten sie das verloren, dann wäre das gleiche passiert wie bei Messi damals. Aber nein, Leute. Gegen Luxemburg. Gewinnen sie mit 2 zu 0. Und, äh, ja, Bruder. Cristiano Ronaldo hat nochmal getroffen. Und ich sage euch jetzt eins. 15.000 Daumen haben wir geschafft. Freunde, rasiert hier nochmal. Und vor allem, falls ihr Ronaldo haben wollt. Ihr wisst Bescheid, Mann. Real Talk. Wie wäre das Gefühl, wenn man den Cristiano Ronaldo als roten Player-Pick zieht? Er hat aber auf dem rechten Flügel gespielt. Spielt aber, glaube ich, absolut keine Rolle, weil man kann ihn trotzdem perfekt linken. Ich sage euch eins. Ich bin einfach nur absolut hyped. Es gibt heute Abend übrigens noch weitere Spiele. Die zählen auch noch zum Team of the Week 10. Die werde ich alle in meiner Instagram-Story posten. Schaut also unbedingt bei Instagram vorbei und lasst da gerne ein Follow da. Und jetzt machen wir weiter mit der Auswechselbank. Glückwunsch an die türkische Nationalmannschaft. Die haben es geschafft, gegen Island beim 0 zu 0 Spiel sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Und jetzt gab es noch ein zweites Spiel. Das haben sie 2 zu 0 gewonnen. Und Ünal hat eben zweimal getroffen. Dann haben wir einen Spieler von Son Etienne, namens Kazri, auch zweimal getroffen. Und Vergara ist der erste Mann auf der Bank, der einen Hattrick gemacht hat. Wilson, der war dieser, einmal getroffen. Ein Tor vorbereitet gegen Aserbaidschan. Haben das Ganze am Ende gewonnen. Al Farai hat als Mittelfeldspieler zweimal getroffen. Eins davon war ein Elfmeter. Und jetzt haben wir den Schweden namens Forsberg. Gegen Rumänien gewinnen sie mit 2 zu 0. Und Berg, der Stömer, den gibt es leider nicht im FIFA Ultimate Team. Forsberg hat ein wunderschönes Tor vorbereitet. Und somit kann ich mir gut vorstellen, dass es auch möglicherweise ein Team of the Week schafft. Die Dio, wahrscheinlich habe ich richtig ausgesprochen, aber hat auf jeden Fall drei Tore gemacht. Dann haben wir noch den ihren namens Donovan. Ebenso dreimal getroffen. Ihr kennt es ja, auf der Auswechselbank sind immer so diese ganzen Hattrick-Spieler. Und zu guter Letzt haben wir noch den Norweger namens Sörloff. Und der Kollege hat zwei Tore geschossen beim 4 zu 1 Erfolg. Das war es somit mit den ganzen potenziellen Kandidaten. Wenn man sich das Ganze anschaut, von Varane rüber zu Cristiano Ronaldo, zu einem Pedresic, zu einem Eden Hazard, ein Toni Kroos, ein Christian Eriksen, dann sieht das phänomenal aus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da, ihr wisst Bescheid. Und falls du neu auf diesem Kanal bist, dann kannst du gerne kostenlos abonnieren. Und dann würde ich sagen, war es das von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke für den Support. Bis zum nächsten Mal, euer Tabak. Ciao.